Das Thema heute Suizid und was dazu führen kann Suizidales Verhalten ist meist komplex begründet durch biologische Ursachen oder die persönliche Entwicklung eines Menschen, belastende Lebensereignisse, das soziale Umfeld sowie psychische Grunderkrankungen. Bei psychischen Störungen ist die psychosoziale Belastung nicht allein ausschlaggebend für einen Suizidversuch. Es kann auch ein Zusammenspiel als Mangel der individueller Fähigkeit zur Verarbeitung und Problemlösung zugrunde liegen. Das Risiko der Suizidalität erhöht sich drastisch durch akute Alkohol- und Drogentoxikation. Hohe Impulsivität, frühere Suizidversuche, Suizidversuche im persönlichen Umfeld oder kritische Lebensereignisse erhöhen das Risiko ebenfalls.